Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Taktikanalyse von Schalke 04. Das Transferfenster ist geschlossen, die Mannschaften stehen in der 1. und 2. Bundesliga für die Rückrunde und damit müssen natürlich jetzt auch die Trainer mit den Spielern arbeiten, die da sind. Auf Schalke ist man sicherlich insgesamt zufrieden mit dem Transferfenster. Mit Darko Chulinov und Brandon Soppy wurden die Wünsche von Karel Gerrads erfüllt, einen neuen rechten Verteidiger zu holen und zudem einen flexiblen Offensivspieler. Auch wenn vor allem die Fans der Meinung sind, es hätte mal mindestens einen neuen starken Innenverteidiger noch gebraucht. Karel Gerrads will nun auf Schalke offensiven, aggressiven Fußball spielen lassen. Natürlich aber auch mit spielerischen Elementen und eine defensive Stabilität ist auf jeden Fall auch wichtig. Aber man ist eben auch mitten im Abstiegskampf. Die Mannschaft muss liefern, denn man steht in der Tabelle punktgleich mit dem Tabellen 16. und 17. auf Platz 15. Und ist natürlich damit auch gefährlich in die Rückrunde gestartet durch die Pleiten gegen Hamburg und Lautern. Somit müssen zum einen natürlich auch die Spieler erstmal verstehen, was Sache ist. Es braucht somit nicht nur ein Spielkonzept, sondern auch mentale Fähigkeiten, um den Druckstand zu halten, um eben auch zu kämpfen, um in den Zweikämpfen drin zu sein. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie man es auch taktisch in den nächsten Wochen angehen wird. Karel Gerrads wird nun wohl zurückkehren zur Dreierkette. Finde ich auch durchaus passend mit den beiden Neuzugängen Sopi und Shulinov. Und wir blicken jetzt mal auf Schalkes neue Startelf für die Rettung in der 2. Bundesliga. Ihr seht ja schon anhand der blauen Schatten, wie ich die ganze Geschichte taktisch angehen würde im Karel Gerrads 3-5-2-System. Er ist ein Trainer, der gerne auf eine Dreierkette setzt mit einer Doppelspitze, mit offensiven Schienenspielern. Und genau so könnte man es eben jetzt auch auf Schalke machen. Wir haben jetzt mal hier das 3-5-2-System mit einer Doppel-6 und einem Zehner. Denn ich finde, dass das auch nochmal deutlich besser zu Schalkes Spielermaterial, wenn man das so sagen möchte, passt. Und deswegen gehen wir die ganze Geschichte jetzt mal von hinten nach vorne durch. Im Tor wird es jetzt sicherlich schon an diesem Spieltag einen erneuten Wechsel geben. Denn Marius Müller ist für mich ganz klar gesetzt und Schalkes Nummer 1. Ralf Fährmann muss damit wieder auf die Bank. Michael Langer hat man ja noch dahinter. Marius Müller hat zu Sauerbeginn gezeigt, dass er einer der stärkeren Keeper in der 2. Bundesliga sein kann. Dass er ein sicherer Rückhalt ist, der einfach das Komplettpaket als Torhüter mit sich bringt. Und deswegen gibt es dort für mich auch keine Diskussion. Marius Müller ist die stärkere Nummer 1 für Schalkes Hintermannschaft. Und ich glaube, dass auch er dazu beitragen kann, die sehr, sehr schwache Defensive zu stabilisieren. Die Defensive kann man aber eben auch dadurch stabilisieren, wenn man zurückkehrt zur Dreierkette. Denn man hört ja immer wieder die Aussage, für die Viererkette fehlen Schalke einfach die starken Innenverteidiger. Denn natürlich ist es etwas anderes, wenn du in einem Innenverteidiger-Duo verteidigst. Oder in einer Dreierkette, wo du vielleicht auch nochmal die Schwächen der anderen etwas besser ausgleichen kannst. Deswegen glaube ich, dass es auch richtig so ist, wenn man zur Dreierkette zurückkehren wird. Und hier bleibt natürlich einer aber auch ganz klar gesetzt. Thomas Kalasch. Er ist ja im vergangenen Sommer ablösefrei vom freien Markt gekommen. Ich glaube, viele hätten nicht gedacht, auch ich nicht, dass er mittlerweile der beste und wichtigste Innenverteidiger auf Schalke ist. Und deswegen klar gesetzt. Der passt, finde ich, auch sehr, sehr gut auf die Position des rechten Innenverteidigers. Denn ich finde bei einem System der Dreierkette immer wichtig, dass der zentrale Mann auch gut ins Aufbauspiel eingebunden werden kann. Genau das ist jetzt nicht zwingend die Stärke von Thomas Kalasch. Er kommt vor allem über eine gute Geschwindigkeit, über ein gutes Stellungsspiel, über körperliche Präsenz. Und passt, finde ich, deswegen auch sehr, sehr gut auf die rechte Innenverteidiger-Position. Dahinter haben wir eben dann Cedric Brunner und Henning Matriciani als weitere Möglichkeiten, die in der Viererkette ja den rechten Verteidiger geben würden, in der Dreierkette sich die beiden eher als rechten Innenverteidiger. Was mir eigentlich als Schalke-Fan auch wichtig war, aber natürlich auch als Beobachter, was Transfers angeht, war die zentrale Position der Dreierkette bei Schalke. Denn da fehlt mir der perfekte Spieler. Hier hat es keinen Neuzugang gegeben. Somit muss man hier mit den Spielern arbeiten, die man hat. Und das sind eben dann am Ende Margin Kaminski und Timo Baumgartel. Ich hatte zwar auch schon mal gedacht, vielleicht macht es Sinn, Thomas Kalasch in die Zentrale zu schieben und dadurch vielleicht Cedric Brunner auf die rechte Innenverteidiger-Position zu packen. Wenn man es aber realistisch betrachtet, duellieren sich um diese Position Kaminski und Baumgartel. Und ich gehe davon aus, dass Marcin Kaminski dann hier auch weiterhin spielen wird. Baumgartel durfte sich aufgrund der Gelbsperre von Kaminski gegen Kaiserslautern zeigen. Hat natürlich wie jeder andere keinen guten Abend erwischt. Deswegen schätze ich schon, dass Kaminski hier auch in die Startelf zurückkehren wird. Die linke Innenverteidiger-Position ist dann für mich genauso klar wie die rechte. Denn da hat es einfach auch zuvor schon, zu Beginn von Gerrards Amtszeit, Derry John Merkin, wirklich gut gemacht. Sein Tempo wird auch benötigt, genauso wie das von Kalasch, um eben dann genau die Probleme beim Margin Kaminski auszugleichen. Kaminski ist natürlich auch ein Spieler, der ein ganz gutes Aufbauspiel mitbringt. Der aber zuletzt Stellungsfehler hatte, Geschwindigkeitsdefizite hatte, die man kaum ausgleichen konnte. Da sind Merkin und Kalasch auf jeden Fall gefragt. Und auch wenn Merkin natürlich als linker Schienenspieler sicherlich auch sehr gut passen kann, wird er da hinten einfach dringend benötigt. Ibrahim Assisi ist ja geblieben. Auch Leo Greimel ist auf einem ganz guten Weg und macht Fortschritte nach seiner erneut schweren Knieverletzung. Die haben wir jetzt mal beide hier als Backups stehen. Rein von dem Profil, was die beiden mitbringen, gehören auch die eher auf die rechte Seite. Also sollte Merkin hier mal nicht spielen, können wir sicherlich Kaminski diese Position einnehmen. Greimels CC sind einfach generell weitere Optionen in der Abwehr. Und dann kommen wir zu den vielleicht wichtigsten Positionen bei einer Dreierkette. Und das sind die Schienenspieler. Denn natürlich hat man jetzt hier bei einem System mit Dreier respektive Fünferkette kein mögliches Überzahlspiel auf den offensiven Außen durch klassische Außenverteidiger und klassische Flügelspieler. Das ist etwas, auf das Karre Gerraths generell auch nicht setzt. Er hätte auch zuvor in einer Viererkette darauf verzichtet und dann eher mit einer Raute im Mittelfeld gespielt. Und deswegen ist natürlich hier wichtig, dass du Spieler hast, die sowohl defensiv, aber natürlich auch Offensivqualitäten mitbringen, die in der Defensivarbeit in die Fünferkette hineinrücken können, aber natürlich auch dazu fähig sind, die Seite rauf und runter zu arbeiten und natürlich aber auch rein spielerisch gute Elemente mit reinbringen. Auf der rechten Schiene wird logischerweise ein Neuzugang. Brandon Soppy direkt mal wichtig sein. Das ist ein Spielertyp, der Schalke im Kader komplett gefehlt hat. Denn Cedric Bonner und auch Henning Matriciani sind für diese Position deutlich zu defensiv orientiert und zu schwach in der Offensive. Ich habe jetzt hier Matriciani als Backup stehen, weil er ja diese Position auch unter Gerraths ein paar Mal gespielt hat. Wenn Matriciani in der Systematik spielt, sehe ich ihn wie gesagt eher in der Dreierkette. Aber es ist halt so, dass Brandon Soppy eigentlich der einzige Spieler ist, der wirklich das Profil mitbringt für diese Position auf der rechten Seite. Ein Yusuf Kabadahi zum Beispiel ist einfach ein Ticken zu offensiv. Den kann man vielleicht noch in die Richtung bekommen, aber dann muss man eben auch ihm eine gewisse Zeit geben. Die hat Schalke aktuell nicht. Deswegen schon sehr, sehr gut hier mit Soppy nochmal so nachgelegt zu haben. Ich bin mir sicher, dass es ein Spieler der Schalke hier weiterhelfen kann. Man hat natürlich auch noch mit Steven van der Sloot aus der U23 einen Spieler mit dabei, der in der Kaderbreite sicherlich interessant werden könnte in der Rückrunde, aber sicherlich auch nicht die Riesenrolle einnehmen wird. Er passt auch durchaus in das Profil des rechten Schienenspielers. Mit Soppy hat man jetzt hier aber auch einen ganz klaren Stammspieler hinzugeholt. Auf der linken Seite wiederum. Da hat Schalke, finde ich, wirklich gute Optionen für ein System mit der Dreierkette und zwar drei verschiedene. Ich finde David John Merkin hierfür sehr interessant. Der ist passend, aber wie angerissen wird er hinten gebraucht. Und somit haben wir hier das Duell zwischen Thomas Auwejan und Tobias Mohr. Karel Gerrerts hat er bislang das Vertrauen eher Tobias Mohr gegeben. Er hat ein paar, finde ich, auch ganz gute Spiele gemacht, aber zuletzt auch eher wieder keine guten Leistungen gezeigt. Und deswegen habe ich mich hier auch dann einfach ganz einfach entschieden für Thomas Auwejan. Denn auch wenn er Defensivprobleme hat und mir auch teilweise im Offensivspiel ein Ticken zu langsam auch manchmal in der Bewegung ist, bringt er einfach Qualitäten mit, die im Abstiegskampf entscheidend sein können. Gute Standards, auch wenn auch da nicht alle passen, aber grundsätzlich wirklich gute Standards. Und das ist einfach ein einfaches Mittel, wenn man so sagen möchte, was Schalke gebrauchen kann, um vielleicht nochmal enge Spiele für sich zu entscheiden. Somit haben wir die Fünferkette schon mal abgehakt mit den drei Innenverteidigern und den zwei Schienenspielern. Und dann kommen wir zum Mittelfeldzentrum. Das ist natürlich generell ein Bereich, der Maschinenraum einer Mannschaft, könnte man ja fast schon sagen, der bei Schalke immer noch nicht so wirklich gut harmoniert. Man hatte das Gefühl, rund um Weihnachten, kurz vor der Winterpause, zudem auch in der Vorbereitung auf die Rückrunde, dass man dort schon drei, vier Stammspieler gefunden hat für die Mittelfeldraute im 4-4-2-System. Aber dann gab es eben jetzt die zwei schwachen Spiele zum Auftakt und mal wieder einige Fragezeichen. Wer sollte dort gesetzt sein? Wer kann da gut funktionieren? Wie sollte man es machen? Ich glaube, dass es Schalkes Defensive sehr weiterhelfen würde, auf eine Doppel-6 zu setzen. Das ist zwar auch nur eine kleine Änderung im Vergleich zum 3-5-2-System mit einem Sechser und zwei Achtern. Aber ich glaube wirklich, dass das Schalke gut tut. Deswegen ist für mich auch wichtig, Ron Schallenberg zurückzuholen in die Startelf. Er hat bislang bei Schalke, vor allem auch im Hinblick auf seine vorherigen Leistungen bei Paderborn und auch erst recht der Ablöse, enttäuscht. Das muss man ganz klar so sagen. Er ist aber auch ein Spieler, der bislang gezeigt hat, dass er es auch einfach in der 2. Bundesliga kann beim SCP. Und somit weiß man natürlich auch, dass in ihm mehr steckt, als das bislang Gezeigte. Das ist eben dann auch die Aufgabe eines Trainers, das wieder rauszukitzeln. Ich glaube, Ron Schallenberg braucht Vertrauen, braucht jetzt auch mal 3-4 Spiele in Folge, in denen er in der Startelf stehen kann. Ich habe jetzt hier mal Dominik Drechsler und Danny Latzer als weitere Option. Logischerweise sind beide keine typischen Sechser, Drechsler ja sogar eher Zehner. Aber in der Systematik bei einer Doppel-6 kann ich mir die beiden hier auch durchaus vorstellen. Daneben haben wir dann die etwas offensivere Achterposition, wenn man das so sagen möchte. Und da ist ja unter Karaj Gerrads Paul Seguin gesetzt. Ich finde, auch Seguin könnte durch eine Umstellung auf eine Doppel-6 profitieren. Er hat ja die letzten Spiele einige Male als alleiniger Sechser gespielt. Auch das war sicherlich teilweise nicht verkehrt. Aber auch er war eben ein Spieler, der mit untergegangen ist in den letzten beiden Partien. Und deswegen glaube ich, dass er im Zusammenspiel mit Ron Schallenberg wirklich gut harmonieren kann. Aber auch hier ist es wichtig, ein gewisses Vertrauen zu geben, eine gewisse Zeit nochmal zu geben, sich einzuspielen. Die Zeit hat Schalke natürlich grundsätzlich nicht. Aber damit meine ich einfach nur, jetzt nicht wieder jede Woche alles verändern. Lino Tempelmann haben wir dann hier auf der Bank als weitere Option. Blicken wir in die Offensive und dort braucht Schalke natürlich spielerische Klasse. Man braucht dort Unterschiedsspieler und deswegen sind für mich bei diesen drei Positionen zwei Spieler auch klar gesetzt. Und der eine ist Darko Chudinov auf der Zehnerposition. Er bewegt, glaube ich, die ganze Offensive, bin ich mir sicher, dass er mit seinen spielerischen Qualitäten dort Schalke sofort weiterhelfen kann. Man hat es ja auch gegen Lautern gesehen bei dem sehr gut herausgespielten Tor. Am Ende war er eiskalt vor dem Kasten, hat das Ding reingemacht, generell ein belebendes Element gewesen. Und dahinter war eben dann Assan Uedraogo, wenn er bald wieder fit ist, Blendi Idrissi und eben auch Dominik Drexler. Hier ist es aber auch wichtig bei der Position zu sagen, dass das sehr flexibel ist. Also Chudinov ist ja generell ein Spieler, der sich auch gerne über die Außen mal bewegt. Klar, die Position gibt es jetzt hier im System nicht so wirklich. Aber ich finde schon, dass man hier dann auch sehr, sehr gut mit ihm fungieren kann als sehr flexiblen Offensivspieler, der eben auch mal dann in die Räume startet, links wie rechts, wo eben auch dann mal der Gegner Möglichkeiten anbietet. Und das ist eben auch sehr gut möglich, wenn man Kenan Karaman wieder zurückzieht ins Sturmzentrum und zwar eben dann als hängende Spitze. Somit hätte man hier die Option, nochmal flexibel zu agieren. Karaman etwas eher die linke Seite, Chudinov etwas mehr wie die rechte Seite, der Neuner eben dann eher zentral orientiert. Und damit wäre man offensiv deutlich beweglicher und eben auch deutlich kreativer eingestellt. Und deswegen glaube ich, dass auch Kenan Karaman dadurch nochmal etwas besser profitieren kann von der Position als zuvor auf der 10. Lasme und Kabadachi sind dann hier noch weitere Alternativen. Mit Keke Top und Simon Terodde haben wir dann natürlich noch die zwei typischen Neuner. Ich glaube, dass Terodde erstmal den Vorzug bekommen wird. Keke Top hat das für mich gut gemacht, ist aber eben auch ein sehr, sehr junger Spieler, den ich jetzt nicht noch mehr sozusagen in das Negative reinziehen würde. Da musst du eben vielleicht nochmal dann den Jungen etwas beschützen, wenn es bei der ganzen Mannschaft nicht läuft. Nicht, dass auch er noch anfängt zu zweifeln. Deswegen für mich Terodde jetzt erstmal in dieser sehr, sehr schwierigen, kritischen Phase gesetzt als Neuner. Keke Top dann eher wieder als Joker mittelfristig. Für mich aber Keke Top hier ganz klar vor Terodde. Niklas Kastelle nimmt dann hier den Kaderplatz ein von Sebastian Polter, den wir dann hier noch dahinter haben. Und somit ist das jetzt mal Schalkes neue Startelf für die Rückrunde. Und im Vergleich zu meinem Video von vor ein paar Monaten, nachdem Karre Gerrads kurz übernommen hat, macht das, finde ich, schon deutlich mehr Sinn durch Soppi, durch Chudinov. Da hat Schalke vor allem in der Offensive nochmal neue Qualität bekommen. Generell wichtig mit Soppi, einen Schienenspieler zu haben für die rechte Seite, weil das fehlte komplett. Aber es bleibt wirklich fraglich und auch wackelig zu sein, wie zum einen die Defensive funktioniert und ob die Spieler tatsächlich verstanden haben, was hier für Schalke auf dem Spiel steht. Es wird interessant, was vor allem dann auch schon morgen gegen Braunschweig passieren wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel, wo ich mir gut vorstellen kann, dass wir auch ungefähr diese Startelf sehen in der Systematik und sogar Soppi, obwohl er erst dann zweieinhalb Tage auf Schalke ist, direkt spielen wird, weil einfach dort die passende Alternative fehlt. Ich bin sehr gespannt, was auf Schalke in den nächsten Wochen so passieren wird. Man muss die Klasse halten, sonst wird der Verein sich drastisch verändern müssen. Und auch wenn man natürlich ein ganz anderes Ziel hatte mit dem Wiederaufstieg in die Bundesliga, geht es jetzt erstmal nur darum, mindestens 15. zu werden und die negative Spirale durch den Jahresauftakt wieder mal zu beenden. Und jetzt interessiert mich eure Meinung zu dieser Aufstellung, aber logischerweise auch zu eurer Aufstellung. Was denkt ihr, wie sollte Karil Gerraths Schalke am besten aufstellen? Dann könnt ihr mal gerne weitere von solchen Videoideen in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball! Bis zum nächsten Mal!